Hallo, ich wollte euch einfach mal einen kurzen, ja, ich sag mal, Zwischenstand oder so geben, weil ich ja jetzt schon länger nichts mehr veröffentlicht habe, kein neues, längeres Video. Ich habe Mitte Juli ein paar wenige Shorts aufgenommen, die ich bis heute einfach nicht veröffentlicht habe. Heute habe ich dann mal wieder eins veröffentlicht und ja, die nächste Zeit kommen so. Ich habe mir überlegt, jetzt den Rest so alle jeden zweiten Tag hochzuladen. Es ist tatsächlich, es hat viel mit meinem Fuß zu tun, weil ich noch immer schwer Probleme mit dem Fuß habe. Vor allen Dingen, wenn ich länger Auto fahre, wenn ich viel kuppeln muss und viele Treppen gehen muss, runter. Ja, das ist gerade für mich noch ein bisschen schwierig. Ich habe auch gestern, ich dachte, ach komm, mache ich mir mal einen schönen Tag und dann fahre ich halt wieder ein bisschen Limesstraße weiter. Also Limesstraße ist halt einfach etwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich ein paar Shorts auf, dann kann ich die längeren Videos verlinken, die älteren. Ja, einfach, damit ich mal wieder ein bisschen was für den Kanal mache. Und ich habe tatsächlich auch Material aufgenommen über Andernach. Das müssten drei Videos geben, also sowas geplant. Und ich habe ja auch immer noch von Anfang des Jahres die Aufnahmen vom Limburger Dom. Also vier längere Videos habe ich noch. Weil ich mache das ja auch immer so, wie ich gerade, ja, halt Impulse habe. Weil was anderes für mich auch gar nicht mehr funktioniert. Ja, wenn ich etwas machen will, was gerade aber nicht wichtig für mich ist, dann, das habe ich, glaube ich, mal in einem anderen Video erzählt, dann kann ich mich da nicht darauf konzentrieren. Und, ähm, ja, ich zwinge mich dann halt auch nicht dazu. Und, ja, deswegen, die langen Videos werde ich schneiden, wenn, wenn es denn an der Zeit dafür ist. Das mag für die meisten Menschen klingt das sehr, sehr komisch. Weil, ja, freier Wille und so, ne, ja, funktioniert bei mir halt nicht mehr. Und, ähm, dennoch merke ich halt immer, dass es zu meinem Besten ist, was ich dann tue, was ich dann tatsächlich tue, tun darf, tun soll, wo ich hingeführt werde. Ja. Und, ja, also deswegen, jetzt kommen demnächst ein paar Shorts über die Limesstraße. Für die, die die Videos, die langen Videos schon kennen und auch diese geschichtlichen Fakten, die ich in den Shorts erzähle, da tut es mir leid. Es kommen aber demnächst nochmal neue Sachen. Und, ähm, ja, ich versuche jetzt einfach den Fuß und das Problem. Also, ich, das, was ich, ich habe halt ein Ödem im Sprunggelenk. Das ist eine Flüssigkeitsansammlung und das dauert halt, bis der Körper das, der, ja, bis der Körper die Flüssigkeit da abgebaut hat. Und, ja, da muss ich halt Geduld haben. Deswegen, also ich weiß, was es ist. Es ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Es ist nur nervig. Ja. Und mitunter Schmerzhaft. Aber auch das, es wird immer besser. Es wird, es wird, es wird immer besser. Und, ähm, Ja. Andererseits weiß ich ja auch, wenn ich mich darauf konzentriere, fokussiere, dann stecke ich da Energie rein und dann manifestiere ich noch mehr dazu. Und, ja, in mir ist auch einfach unglaublich viel passiert in den letzten Monaten. Ähm, ja, seit dem letzten Zwischen, also Zwischenbericht sozusagen. Ähm, ich kann das aber gerade auch noch nicht in Worte fassen. Aber auch das wird kommen, ja, auch die Videos werde ich dann, die Worte werde ich dann mit euch teilen, wenn es soweit ist, wenn ich inspiriert bin und den Impuls dazu habe. Ja, also, es wird, es wird, es nimmt, wenn auch im Außen noch nicht so sehr Gestalt an, dennoch im Innen, ja, im Innen hat sich vieles geändert. Und ich wollte auch einfach mal Danke sagen für alle, die mich immer unterstützen, egal auf welche Art und Weise, ob mit Daumen hoch oder Daumen runter oder Kommentaren oder tatsächlich Unterstützung via PayPal. Ich freue mich immer so sehr, ich bin immer so dankbar, weil es mich auch einfach so freut, dass es Menschen gibt, die das, was ich mache, was ich so sehr liebe, dass es Menschen gibt, die mir dabei gerne zuschauen, die mich begleiten, die mich darin bezeugen. Und das bedeutet mir wirklich, wirklich sehr, sehr viel und dafür einfach mal Dankeschön. Ähm, ja, ich kann euch eigentlich gar nicht genug danken. Und nun, ich hoffe, dass euch zumindest auch die Shorts ein klein wenig erfreuen und vielleicht hat der ein oder andere ja tatsächlich die längeren Limes-Videos noch gar nicht geschaut, dann könnt ihr das ja jetzt zum Anlass nehmen. Ähm, ich habe auch letztens, habe ich ein älteres Video von mir angeschaut und ich fand es total interessant, so, ich sag mal, meinen Fortschritt zu sehen, ja. Ja, allein meine Stimme. Ich habe so mit so einer ganz hohen Stimme und ganz unsicher geklungen und es ist auch für mich interessant zu bemerken, ja, am Anfang habe ich, oh mein Gott, ich konnte überhaupt nicht in mein Handy sprechen, wenn andere Leute da waren. Also ich habe dann immer gewartet, bis die Menschen weg waren, damit mir ja keiner zuguckt und heute ist mir das fast egal. Also ich muss ja immer aufpassen, dass ich niemanden mit auf den, ähm, Aufnahmen drauf habe, ne. Ja, aber, ja, also die, dieser Fortschritt, den fand ich auch sehr interessant und dass ich auch einfach mehr dazu stehen kann. Ja, weil, ähm, mein Umfeld hat das ja auch zum Beispiel nie ernst genommen, mein Kanal, aber, ja, und ich habe das angenommen, ne. Ich habe das angenommen, aber das ist ja dann auch meine Schuld, weil das hätte ich ja nicht tun müssen. Ja, und, ähm, das ist jetzt anders. Ich liebe das hier einfach zu sehr. Ja, und, ja, auch wenn, ja, gerade die Zeit nicht für mehr Neues war, nicht die Zeit für Reisen war, ja, jede Menge Entdeckungsreisen nach innen waren ja da, für die ich wirklich unglaublich dankbar bin. Ja, ja, habe ich noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ja, also, ja, nochmal danke für all eure Unterstützung. Und dann wünsche ich, ja, dir jetzt noch einen wunderschönen Sonntag, falls du es heute noch schaust. Ansonsten, ja, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, wann auch immer du das Video findest. Bis bald!